Gehen Sie mit uns auf Zeitreise und begegnen Sie Meisterwerken von Weltrang hautnah. Erfahren Sie in unserer klassischen Führung, was den Naumburger Donen zum Welterbe der Menschheit macht. Oder lassen Sie sich von mir, Uta von Naumburg, der schönsten Frau des Mittelalters, in die Geheimnisse um meinen Schöpfer einweihen. Hoch hinaus geht es bei unserer Turmführung. Auge in Auge mit den mittelalterlichen Wasserspeiern haben Sie einen fantastischen Blick auf die Saale-Uns-Tut-Region. Probieren Sie sich doch selbst einmal als Steinmetz oder Glaserhaus und fertigen Sie dann in einem Kreativprojekt Ihr eigenes kleines Meisterstück. Kulinarisch geht es in unserer Weinführung zu. Inmitten des Domgartens probieren Sie bei amüsanten Geschichten, was die regionalen Winzer zu bieten haben. Oder stellen Sie bei Katzenschein die Lampen in die romantische Krypta, entdecken den Dom bei einer Taschenkampenführung mit all Ihren Sinnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und stellen Ihnen gerne ein Angebot zusammen.